So, willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wir machen jetzt nochmal die Chart-Analysen über den Laptop. Wie gesagt, der PC ist leider noch in der Reparatur, den kriege ich voraussichtlich Montag wieder. Morgen gibt es nochmal Portfolio-Bewertungen, da nicht erschrecken, die waren vorproduziert. Ja, heutiges Video ist auch einen Tag vorproduziert, nicht ganz 24 Stunden, aber ja, ihr werdet sehen. Vielleicht geht jetzt tatsächlich die ein oder andere Prognose, die ein oder andere Reaktion schon auf. Ja, was wir heute nochmal machen, ist Chart-Analysen. In den Märkten ist ja endlich wieder Bewegung drin und dementsprechend gehen wir alle Märkte nochmal durch. Mit dem Bitcoin angefangen und dann alphabetisch. Vorab aber nochmal ganz klar gesagt, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber generell für die Leute, die da immer direkt wieder reinschauen, ja geht auch wieder runter, geht auch wieder runter. Ja, abwarten, ja geht wieder runter. Ihr müsst eigentlich nur eine Sache verstehen und das ist das Urprinzip der Börse. Und wer das nicht verstanden hat, der sollte nicht auch nur einen einzigen Euro in Krypto investieren. Ja, Urprinzip der Börse, Blash, Buy Low and Sell High. Und bei Coins generell, die da gerade 80, 90, teilweise 95% vom All-Time-High entfernt sind, da anfangen Short-Positionen zu eröffnen in der Hoffnung, ja der geht nochmal 50% oder 10% tiefer. Der hat es nicht geschnackelt, also der kann nicht traden. Das ist so, können wir es beim Namen nennen und der Bitcoin wird dieses Jahr noch in Richtung, nicht unbedingt erst knacken, aber in Richtung 50.000 Dollar laufen, mit euch oder ohne euch. Und genauso werden auch die Altcoins, auch da, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, nicht alle, aber generell, zyklisch, Higher Highs machen. Nicht All-Time-Highs, aber Higher Highs, mit euch oder ohne euch. So, und wer weiterhin versucht Bottomhunting zu betreiben, der wird links liegen gelassen und bei 60.000 wieder einkaufen und sagen, das ist alles so teuer, ich habe keine Profite gemacht. Ja, dementsprechend, das erstmal nochmal dazu, ja, im Kryptomarkt, es kann immer alles passieren, natürlich können wir zwischenzeitlich auch nochmal korrigieren, aber grundsätzlich stehen wir definitiv eher Low als High und dementsprechend sind wir generell in den Märkten Long-orientiert, so oder so. Also, verwahrlost irgendwelche Short-Positionen zu eröffnen, ich gönne natürlich jedem den Profit, wenn er hier jetzt irgendwelche Shorts eröffnet und es klappt, und herzlichen Glückwunsch, aber du hast den Zufall getradet, ja, du hast Glück gehabt, du kannst auch im Casino zehnmal nacheinander auf Rot setzen und zehnmal nacheinander gewinnen. Deswegen bist du aber kein guter Spieler, sondern du hast einfach nur Glück gehabt, langfristig wird das Casino dich ausnehmen. Und genauso ist es an den Finanzmärkten auch, wer den Zufall tradet, der kann immer mal Glück haben, aber der wird langfristig auf die Schnauze fliegen. Wir sind wieder Bullish unterwegs, wenn vielleicht auch noch nicht final der Bullrun aktiviert ist, ja, weil natürlich das Halving, das wartet noch ein bisschen auf sich, aber auch da hast du ja gesagt, es geht nicht, Halving, bab, los. Jeder weiß, dass es Halving kommt. Und wir nähern uns dem Halving-Datum immer mehr. Dementsprechend, ja, Leute, das einfach nochmal dazu gesagt, jetzt fangen wir aber auch wirklich an. Das Szenario können wir dementsprechend rauslöschen, da higher high gemacht worden ist. Dennoch kann es selbstverständlich sein, dass Bitcoin, wo eine vernünftige Korrektur in Richtung 28.000 macht, ist aber nach wie vor eine ganz normale Bullen-Korrektur, auch in dem Fall hier, ne, das ist, ja. Grundsätzlich wollen wir aber den Bitcoin eher in den nächsten Wochen hier in Richtung nach wie vor 35.000 bis 40.000 Dollar sehen, dann wollen wir insgesamt nochmal eine etwas stärkere Korrektur gehen und Richtung Oktober, dem üblichen Oktober, dann tatsächlich wieder neue Ziele anstreben und bis Ende des Jahres auch definitiv ordentlich Bullische Zyklen wieder zu haben. Ja, aktuell Bitcoin, ja, seitwärts Trend für Trade zum Traden, tatsächlich uninteressant aktuell für uns, müssen wir aber natürlich weiterhin beobachten. Sollten wir hier anlaufen, wird das wieder interessant. Sollten wir hier reinkommen, wird das natürlich auch wieder interessant, ne. Also hier würden wir definitiv nochmal long traden, sollte der in dem Bereich tatsächlich dann nochmal zurückkommen. Gut, machen wir aber mit den Altcoins weiter. Dann machen wir aber alphabetisch weiter, angefangen mit ADA. Ja, ADA, schön, dass er das genauso gemacht wie eingezeichnet ungefähr, so ungefähr die Bewegung vollzieht. Bisschen hochkommt, wieder ein bisschen runterkommt, bisschen seitwärts und bam, die Rakete. Ja, es tut mir leid, ich habe nicht haargenau gezeichnet, aber ja, das sieht auf jeden Fall schon gut aus für ADA in dem Sinne. Dennoch werden hier natürlich auch Gewinnmitnahmen stattfinden, so haben wir es auch bei XRP gesehen und könnte dementsprechend sein, dass er auch hier erstmal noch in die Bewegung korrigiert, aber auch genauso hier ganz normale Bullenkorrektur. Ja, ein Markt, der mal eben so an einem Tag, was haben wir hier, Spitze, na, komm schon, äh, 32% macht, ist auch normal, dass die Bewegung dann irgendwo wieder abverkauft wird. Na, wir müssen mal schauen, ob er die gesamte Bewegung tatsächlich hier korrigiert, dann würden wir nochmal in Richtung 30 Cent zurücklaufen, aber dass ADA ein Lower Low macht, könnt ihr euch, denke ich, abschminken. Da sehe ich aktuell keine Gründe für. ADA war ja auch eines der Coins, die von der SEC mit angeschissen worden sind, also Deklarierung Wertpapier etc. und durch den Sieg jetzt von Ripple XRP sind die Coins natürlich mit am meisten jetzt gepumpt, weil das quasi dann auch vom Tisch ist so in dem Sinne, oder sollte es zumindest sein. Aber das werden wir in den nächsten Tagen, denke ich, noch erfahren, wie es da in dem Sinne weitergeht. Ja, Algo brauchen wir uns gar nicht angucken, das ist Ritze, trade-technisch völlig uninteressant. Und, ja, hat in dem Fall hier direkt wieder reagiert. Könnte man, hätte man shorten können, aber wie gesagt, das ist auch ein Glücks-Trade, so in dem Sinne, ne, dass er hier wieder reagiert und wieder abkackt. Allein aus Blash-Prinzip kommst du auch bei Algo, auch wenn es nahe liegt, dass der jetzt ein Lower Low nach dem anderen macht, allein aus Blash-Prinzip kommst du hier nicht auf die Idee, bei minus 96% Short-Positionen zu eröffnen. Selbes Prinzip. Klar kann das klappen, hat auch jetzt hier funktioniert, wenn man reingegangen wäre. So, ja, erst mal plus 3,7% ohne Hebel. Aber als solches, auch wenn das nicht gut aussieht um das Projekt, es ist unfassbar wenig Liquidität in dem Markt. Und wenn einfach nur irgendjemand da draußen auf einmal Bock hat, vielleicht auch Banken, ne, jetzt hier mal die Retailer aus dem Markt zu schmeißen und einfach mal 100 Millionen da reinpumpen, wupp, werden alle eure Shorts mal eben so liquidiert. Die lachen sich einen Ast ab und verkaufen das wieder und, und so weiter, ne. Deswegen, das auf jeden Fall nochmal dazu, aber grundsätzlich bei Algo ist Gornix. Apecoin kommt tatsächlich wieder zurück, hatte ich auch schon abgeschrieben eigentlich, aber ist in dem, also trade-technisch abgeschrieben, wenn der als Hauptwährung dafür Other Side, Meta, etc. wird, kann da auch schon ganz schön was gehen vom Use Case her für Apecoin, aber grundsätzlich interessiert mich auch nicht wirklich der Coin und trade-technisch auch völlig uninteressant. Apex, ja, ist dabei eine gute Struktur aufzubauen, muss aber auch erstmal wieder vernünftig runterkommen oder, die Struktur vollenden, damit er auch hier für uns trade-technisch wieder interessant wird. BNB scheint aus dem Bereich wieder rauskommen zu wollen, was sehr, sehr gut ist. Das würde generell unser Szenario natürlich bestätigen, dass wir ihn hier raus long reagieren sehen wollen, in Richtung nächste C-Level, ne, drüber hinaus. Aber, da fehlt natürlich jetzt noch einiges, die Reaktion muss er hier erstmal beweisen, hat ein bisschen überkorrigiert, aber, das ist normal, ne, dass er nicht immer hundertprozentig an unseren Märkten reagiert, das ist auch normal. Dementsprechend müssen wir schauen, wie BNB sich da jetzt verhält. CKB hat das sehr gut gemacht, Glückwunsch an alle, die ihn noch getradet haben. Den habe ich leider selber verpennt, obwohl ich es in die Gruppe gepackt habe. Hier nochmal gut raus reagiert, ohne Hebel, vom tiefsten Punkt aus, ja, mal gut 11% auf jeden Fall mitgenommen, vom Einstiegsbereich, wer drin gewesen ist und durchgehalten hat, zumindest 8,5% ohne Hebel, also mit einem gesunden 4er, 5er Hebel, auf jeden Fall gut was dabei. Kann man definitiv auch drüber nachdenken, dass man da schon Teil Profite zieht. Ja, die Möglichkeit haben wir natürlich auf Maxi, dass sobald der Trade offen ist, wir auch dann Teil Profite abschießen können, also mehrere Take Profits zu setzen. So, ich weiß nicht, ob das auf anderen Börsen auch geht, ich habe das zum ersten Mal auf Maxi gesehen, aber ja, da funktioniert das auf jeden Fall und da kann man dann auch Teil Profite ziehen. Sehr, sehr gut. Ja, Crow zeigt auch endlich mal wieder Bewegung, unser gesammeltes Cashback wird immer mehr und mehr wert, das ist natürlich das Schöne dabei. Ja, es ist nicht die schönste Trading Sequenz, die man sich vorstellen kann als solches, aber das sind definitiv die nächsten Ziellevel auch für Crow, dass wir uns definitiv mal bei 7 bis 7,5 Cent wieder einpendeln werden und ja, dann erwarten wir auch diese Bewegung hier, dass er hier einmal rein dippt, eine vernünftige große Korrektur macht und dann unser übliches Szenario, zack, zack, dann sehen wir den auch wieder bei 10, 20 Cent aufwärts. Das auf jeden Fall dann die Theorie für den Bull Run natürlich. Also ich würde Crow in dem Sinne auch noch lange nicht abschreiben. Cake ist nicht nennenswert, Doge ist nicht nennenswert. Dot hat uns so ein bisschen geärgert hier, der hat da auch wieder um wahrscheinlich 0,1% unseren Trading Bereich verfehlt. Na, 0,4%, hier wollten wir natürlich Long Traden Bereich. Ja, er hat es knapp überschritten, aber auch nicht nennenswert, also kann man höchstens maximal ein bisschen anpassen, das Level, aber in dem Sinne, ja, wollen wir Dot eigentlich auch nochmal vernünftig da rein dippen sehen, dass der ordentlich Struktur aufbaut und in dem Fall dann weiterzieht. EGLD haben wir mit aufgenommen, der hat jetzt erstmal perfekt aus unserem Bereich hier raus reagiert in dem Sinne und High High gemacht, also die Bewegung, den Breakout bestätigt, was schon mal gut ist, aber auch da mitten in der Bewegung, ja, viele, also ich bin wie gesagt ein antizyklischer Trader, viele sind dann ja immer so, Trend is your friend. Ich mache das genau gegenteilig und es hat sich bisher immer positiv bewährt, dementsprechend, ich steige nie irgendwo mitten in einen Trend rein, ja, wie gesagt, klar, wenn der bei Algo dann geschortet hätte es mit einem Downtrend und so weiter, ist natürlich alles immer schön und gut, aber ich habe einfach ein anderes System gelernt, ich bin ein antizyklischer Trader und dementsprechend, ja, mache ich in so einem Fall einfach nichts, die Bewegung warte ich ab, bis hier dann auch wieder, ja, entweder Ziellevel erreicht sind oder Korrekturlevel dann angeboten werden. Gut, Ethereum knapp die 2000 geknackt aus unserem Bereich, aber dementsprechend fürs Trading auch erstmal uninteressant, der hat hier perfekt mit 0,4% Drawdown, es tut mir leid, dass ich euch einem so großen Risiko ausgesetzt habe und 25% ohne Hebel rausreagiert, das erstmal richtig, richtig gut und, aber da müssen wir auch in dem Fall abwarten, hat noch nicht das High hier geschlagen, aber grundsätzlich, ist auch da der Startschuss für Ethereum, nächstes Ziellevel 2900 Dollar, darf selbstverständlich auch nochmal zurückkommen, hier in dem Bereich und da ein bisschen verweilen, aber grundsätzlich wollen wir ihn ja mit dieser Bewegung nach hier oben bringen, da wollen wir Ethereum sehen und das nicht unlogisch, dass das auch dieses Jahr in dem Fall dann noch passiert. Phantom ist nichts in dem Sinne, weil vorheriges High noch nicht geschlagen, müssen wir jetzt warten, dass er das bestätigt, das wäre natürlich top, dann haben wir hier auch wieder unsere übliche Wellenbewegung, zack, so müssen wir aber noch abwarten, ob er das dann tatsächlich auch macht. IOTA, Sorgenkind, geht zumindest den Trend mit, dass da wieder ein bisschen was Bullisches kommt, muss er aber ja auch, also, dass der zum Traden irgendwie interessant wird, da muss er dieses High hier erstmal brechen, bei 27 Cent, ansonsten ist es auch noch gar nichts, so, können wir nichts machen. Link, ja, das ist auch nochmal so ein Ding, da haben auch viele gefragt, ja, shorten wir Link, weil, entgegengesetzt ist, Korrekturlevel hier die Trendlinie und ja, quasi so, dass man ihn hier nochmal shorten könnte, kann man machen, auf jeden Fall, generell wollen wir natürlich die Märkte für vernünftige Struktur, dann korrigieren, sehen, für unsere Trading Einstiegsbereiche, aber, wie gesagt, hier anfangen die Märkte zu shorten, das ist mir persönlich dann, also passt nicht zur Strategie, sagen wir so, ist hochrisikoreich, kann man machen, jeder ist ja alt genug von euch, wenn jemand da draußen meint, okay, es geht noch lieber, wir sehen den 10.000 Dollar Bitcoin oder zumindest in 20.000 Dollar, Bitcoin nochmal, go for it, geht gerne short, ich wünsche euch natürlich auch viel Glück dabei, niemandem wünsche ich da irgendwas Schlechtes, im Gegenteil, ich freue mich über jeden Einzelnen, der natürlich irgendwie Profite in diesem Markt macht, aber zu meiner Strategie passt das in dem Fall dann nicht. ja, Litecoin, haben wir hier auch erstmal durchgetradet, short, long, short, long und da ist es erstmal uninteressant zum Traden aktuell, der muss erstmal hier aus dieser Range raus, deutlich drüber hinaus schießen, in die Richtung und dann nochmal vernünftige Korrektur machen, dass wir dann auch wieder, ja, mehr dazu sagen können, dass er trade-technisch in dem Fall interessant wird. und Matic macht genau das, was wir im letzten Video besprochen haben, aktuell zumindest, dass er hier impulsiv rausschießt, über das Level hinaus am besten nochmal und dann die dementsprechend den Bereich nochmal reaktiviert, denn dann wäre der gesamte Trading-Bereich hier nochmal für uns aktiv für Longtrades. das wäre ein absoluter Traum und genau das macht Matic auch gerade, haben wir in den letzten Videos besprochen und auch im Livestream auch nochmal besprochen, das wäre ein absoluter Traum, wenn er das so macht und da sieht es tatsächlich gerade sehr nach aus, aber auch das ist so ein Ding, müssen wir in dem Fall abwarten. MNW hat hier gut herausreagiert aus dem letzten möglichen Longtrading-Bereich, hat er gemacht, schöner Take-Profit in dem Fall, ja, der ist leider nicht auf Maxi, ist so ein Q-Coin-Trade in dem Fall, das ist ein, was ich auf Q-Coin-Trade, da mache ich aber auch nochmal ein ausführliches Video zu, MNW haben wir nämlich auch News, da kommt nochmal ein bisschen mehr zu und dann machen wir auch nochmal eine ausführlichere Chart-Analyse zu MNW, aber diesmal wollen wir ein bisschen fix die Märkte durchgehen, ja, MX, der Schlingel, ist eigentlich hier wieder in unserem Short-Bereich und das meine ich nämlich mit Ausnahmen bestätigen die Regeln natürlich, nur weil wir bei generell Long-orientiert sind, gibt es auch Shorts, gibt es auch Coins, die aktuell deutlich, deutlich überkauft sind und wo wir dann eher Short-orientiert sind, wie zum Beispiel Maxi, na, hier, der Short hätte geklappt, ich sage bewusst hätte, weil ich ihn selber verpennt habe, ich habe ihn nicht in die Gruppe gestellt, aber wäre per se der einfachste Short der Nation gewesen, einfacher FIBO-Trade, so, und in dem Sinne, ja, ist aktuell wieder im Short-Bereich, wir wollen den MX-Token auch hier vernünftig nochmal korrigieren sehen, es ist natürlich schwierig, weil Maxi gerade wirklich übelst am Wachsen ist, ist halt sehr nutzerfreundlich, die, wir haben einfach so geringe Trading-Gebühren und deswegen trade ich auch auf Maxi, ne, weil wir haben die geringsten Future-Trading-Gebühren, wir haben gar keine Spot-Trading-Gebühren, also, warum sollte man freiwillig woanders traden aktuell, ne, deswegen, und die Gewinne, die sie machen, ja, pumpen die natürlich selber auch an dem MX-Token, so, ne, und, äh, generell auch für die User, ist es halt unattraktiv, den MX-Token zu verkaufen, weil, ähm, sie dann ja keine Air-Drops mehr bekommen, also, ab 1000 MX-Token bekommt man ja, wie gesagt, diese Air-Drops immer, das ist einfach ein super attraktives Geschäftsmodell aktuell, was auch konkurrenzlos ist aktuell im Markt, dementsprechend, ja, tue ich mich natürlich auch immer schwierig, mit dem MX-Token zu shorten, aber, nach Systemen müssen wir das, ja, Emotionen haben hier an der Börse nichts zu suchen, das ist für uns ein Short-Bereich, und dann müssen wir das auch shorten, dann nützt nichts, so, ja, also wie gesagt, nochmal MX grundsätzlich, ja, den wollen wir halt mit der BW hier, und wenn es die Oberkante da irgendwo ist, zack, den wollen wir hier nochmal unten vernünftig korrigieren sehen, das nützt nichts, da muss er hin, der ist maßlos überkauft, so gut es gerade auch einfach läuft beim MX-Token und so weiter, der, der, das ist keine gesunde Chart-Entwicklung, ne, also, das und das, da ist keine nennenswerte Korrektur für die Bewegung, die er hier gemacht hat, der muss nochmal ordentlich runter, ja, so wie im Bitcoin, da haben auch alle gesagt, ja, der kommt niemals, wieder auf 20.000 runter, ja doch, wenn er von 3.000 bis auf fast 70.000 hoch ist, dann muss der eine richtig fette, dicke Korrektur machen, und das hat er jetzt, und das hat er auch abgeschlossen, so, äh, QNT, ja, QNT schläft in dem Fall ein bisschen, da kommt Gornix, äh, was aber ja auch zu erwarten war, auch hier QNT wollen wir definitiv nochmal ein Liquid Low sehen, ja, also so, zack und bam, dann die, äh, äh, bullische Reaktion raus, müssen wir abwarten in dem Fall hier, also, QNT soll in dem Fall kein generelles Lower Low machen, dass er auf 40 Dollar kommt, glaube ich nicht nochmal, aber, ähm, dass er hier generell nochmal, äh, so in Richtung kurz unter die 90 dippt, und dann impulsiv raus reagiert, nach wie vor die Prognose für QNT, darauf warte ich persönlich, Render, in dem Fall, steht natürlich auch sehr hoch, aber auch wirklich auf der Anwendung, nicht auf Hype, ne, und dementsprechend, das ist weiterhin der Akkumulationsbereich, bisher hat Render hier jetzt dreimal rausbullisch reagiert, scheint das auch so weiter zu machen, aber auch hier, ähnlich wie bei MX-Token, ist es gerade so, dass die Kraft da so ein bisschen nachlässt, und sich eher so etwas ein Abwärtstrend, also eine größere Korrektur abbildet, und das würde ich, äh, dem MX-Token tatsächlich auch wünschen, ne, und damit wir dann, ja, soll der wirklich final den unteren Bereich des Levels nochmal anlaufen, damit er dann die Rakete zündet, um hier oben dann auch Richtung 4 Dollar auch loszuschießen, das fehlt einfach gerade ein bisschen, da ist die Bullenkraft ein bisschen die Luft raus, Solana, muss ich gestehen, hätte ich persönlich nicht gedacht, dass Solana nochmal so derartig zurückkommt, also da auch nochmal gesagt, Trading, markieren wir uns denn jetzt, weil fürs Trading ist der super interessant, generell, Solana habe ich nicht im Portfolio, und habe ich auch nicht vorhin zuzufügen, ich glaube, Solana wird einer von den Coins sein, sei das da jetzt mit, äh, gegebenenfalls Google hin und her oder nicht, aber ich glaube nicht, dass Solana nochmal das Alltime High erreichen wird, und dementsprechend für Spot Käufe sehe ich einfach ganz andere Coins deutlich interessanter, und dementsprechend aber ja, aus unserem Einstiegsbereich mal eben 120% gemacht, damit auch das vorherige High geschlagen, und exakt diese eingezeichnete Bewegung hier aktiviert, dass wir den definitiv in Zukunft bei 43 bis knapp 50 Dollar tatsächlich nochmal sehen können, und dann wollen wir ihn aber auch shorten, ne, da wollen wir ihn dann shorten, da wollen wir ihn hinsehen, und zack, soll er die große Korrektur machen, so, das müssen wir abwarten, aber das genauso macht, äh, dementsprechend Solana haben wir uns jetzt mal mit markiert, für den Trading-Bereich auf jeden Fall interessant, Spot kaufe ich persönlich nicht, Solana, Tau hat ein stabiles 2x eigentlich mal eben gemacht, äh, in dem Fall hier aus unserem Einstiegsbereich auch knapp 100%, naja, nicht ganz 90% sind es gewesen, ähm, dementsprechend hat er hier natürlich das High geschlagen, und damit auch diese Bewegung bestätigt, dass er hier definitiv hinziehen will in den nächsten Wochen, ähm, in Richtung 100%, 10%, 132$, kann aber das auch definitiv hier auf korrektivem Wege machen, na, dass er in dem Fall den Bereich hier nochmal anläuft, ups, hat er sogar ganz kurz, wenn wir das Level hier natürlich ein bisschen länger ziehen, so, ähm, da wollen, wollen wir dann weiterkaufen, ne, also für alle, die hier geschlafen haben, ähm, was wir mehrfach kommuniziert haben, hier einzukaufen, da nochmal einzukaufen, ne, das waren wieder die Leute, die gesagt haben, ja, ich kaufe erst bei 20, ich kaufe erst bei 30$, dementsprechend, das sind auf jeden Fall nochmal die Bereiche für diejenigen, die hier geschlafen haben, da kann man gegebenenfalls Glück haben, dass da auch den unteren Bereich nochmal anläuft, vielleicht sogar ein bisschen überkorrigiert hier, so, und wirklich nochmal die 55, 54$ anläuft, das wäre natürlich ein Traum, auch dann würde ich Tau in dem Fall nochmal kaufen, und auch traden, wenn man es kann, ich glaube, bei Maxi ist das zum Future Trading gar nicht drin, also waren in dem Fall für mich auch nur Spotkäufe, ich habe ihn nicht getradet, ähm, ja, muss man abwarten, ob er das in dem Fall so macht, aber Tau für mich aktuell eines der interessantesten Projekte überhaupt, und dementsprechend, ja, abwarten, und da werde ich definitiv auch dann nochmal ein Taus nach reinbuttern, wenn er das auf jeden Fall anlaufen sollte, VeChain, ist da jemand getriggert worden, gerne mal in die Kommentare schreiben, wahrscheinlich mit Nachtspread nur, ja, schwierig, also das war hier unser Long Trading Bereich, hier wollten wir VeChain Long Trading, aber er hat auch das vorherige High noch nicht geknackt, daher bleibt dieses Level valide, und wir könnten VeChain hier nochmal zurückkommen sehen, soll der wirklich final hier reinkommen, also auch hier in dem Fall Long Position per Buy Limit auf Maxi eröffnet, und, äh, dann sollen wir den Take Profit aber auch irgendwo hier oben sehen, ne, in dem Fall das Szenario so für VeChain, ähm, Vitor persönlich zum Chart analysieren, ja, traden tue ich den nicht, weil hier einfach, äh, die Spikes mir viel zu eklig sind in dem Chart, und generell, ähm, der sowieso mit dem VeChain Kurs korreliert, ne, also, äh, ich bleibe in dem Fall da beim VeChain Trading und trade nicht VTO. Veracity hat das sehr gut gemacht, ebenfalls aus unserem Bereich mit aktuell 12% müsste es glaube ich ungefähr gewesen sein, ah, sind sogar schon 15%, 15% rausreagiert, ich habe ja in dem Fall hier auch nochmal per Spot gekauft, auch den habe ich nicht getradet, weil, ja, da ist halt wenig Liquidität in dem Markt, ne, lass da einen Wahl verkaufen, dann hast du auch, äh, bist du halt relativ schnell liquidiert, so, ne, deswegen so Small Caps Trading, ah, kann man natürlich doppelt so viel Gewinnschnell mitnehmen, aber ist auch immer risikoreich, aber auch per Spot, man kann ja theoretisch auch per Spot kaufen und einfach verkaufen, das ist ja in dem Sinne auch Trading, so, und hat das kann man natürlich genauso machen, und, äh, ich habe in dem Fall auch nochmal 70.000 Veracity dem Portfolio hinzugefügt, an der Stelle, hier wären es nochmal 70.000 gewesen, den Bereich hat er leider nicht ganz eingelaufen, aber, kann ja auch noch kommen, auch hier, das High noch nicht geschlagen, dementsprechend bleibt dieser Bereich, äh, weiterhin aktiv für uns zum Traden, und natürlich auch für Spotkäufe, Buy and Hold, XTC fängt langsam an, ebenfalls Luft raus, weil er natürlich vorher schon sehr Bullish war, das bleibt der Akkumulationsbereich, dumpelt da ein bisschen drum rum, Trade technisch, ja, was heißt uninteressant, ist in unserem Akkumulationsbereich, ne, also, aus diesem Bereich aus kann man ihn definitiv long traden, ja, XLM ist hier deutlich über den Bereich hinaus geschossen, hier wollten wir mit der ersten Bewegung shorten, da hat er uns um 0,2% oder sowas nicht abgeholt, und dann ist er nochmal ordentlich durchgeschossen, also für das Trading war er dann nicht mehr interessant, gegebenenfalls wäre er natürlich noch eine Buy Limit, äh, eine Sell Limit Order hatte, der sollte liquidiert worden sein, wäre also ein SL Hit gewesen, grundsätzlich soll er aber hier definitiv den Bereich nochmal anlaufen, ne, also hier die Gesamtbewegung korrigieren, und hier den Bereich nochmal anlaufen, dann wäre er natürlich wieder, äh, Long Entry technisch interessant, aber wir sehen, das ist ein Spike, also da kann erstmal alles passieren, also ich eröffne hier nichts jetzt aktuell bei XLM, würde ich in dem Fall einfach abwarten, aber trotzdem interessant, ja, XRP wollen natürlich alle wissen, was wir damit jetzt machen, und, äh, selbes Prinzip, da können wir gerade gar nichts machen, ne, also, völlig verwahrlost jetzt auf Long zu spekulieren, weil der könnte jetzt ja den Dollar unbedingt knacken, wegen Börsen Relistings und sowas, weiß ich nicht, ne, Börsenlisting heißt nicht alle Long, sondern es kann auch sein, dass sich da extrem viel Kapital in Short Positionen positioniert, ne, dementsprechend Vorsicht, äh, an der Stelle, für Long Trades wäre auch das für mich nochmal der Bereich 70 Cent bis 62 Cent, ähm, dass man ihn da nochmal catchen könnte, wer ihn hier vorverpasst hat, aber wir haben aktuell bei XRP ja 100% Trefferquote, was wollen wir mehr, so, ne, also soll er gegebenenfalls hier nochmal runterkommen, dann wäre es nochmal Trade-technisch Long Entry mäßig interessant, dass er von da aus dann auch weiter zieht, und tatsächlich dann über einen Dollar hinausgeht, aber das müssen wir abwarten, in dem Sinne, ne, noch ist er in dem Bereich nicht, von daher zum Traden aktuell uninteressant, gut, ja, dann haben wir die Märkte auch durch, ich bin super gespannt auf eure Meinung, könnt ihr euch vorstellen, dass wir ordentlich bullische Zyklen tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen wieder erleben werden, oder denkt ihr, es kommt nochmal der Crash des Jahrtausends, und wir sehen auch wieder den 10.000 Dollar Bitcoin, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, und ansonsten, würde ich mir mal sagen, lasst da gerne ein Like und ein Abo da, und wir sehen uns im nächsten Video, ciao. Ich hoffe Montag mit in gewohnter Struktur wieder, dass mein PC wieder heil ist und wieder da ist, aber ich werde euch vorwarnen, denn wenn mein PC wieder heil ist, wird auch irgendetwas passieren, ja, irgendetwas wird passieren, ich wahn euch vor, haut da rein, lasst gerne ein Abo da, ciao. !